Die Begegnung mit dem Leid Zur Zeit des Buddha, wieder vor einer Frau namens Kisagotami, das Leid, das ihr einziges Kind starb. Unfähig, dies zu akzeptieren, lief sie von einem zum anderen und suchte eine Medizin, um ihr Kind wiederzubeleben. Es hieß, der Buddha habe eine solche Arznei. Kisagotami ging zum Buddha, bezeugte ihm ihre Verehrung und fragte, könnt ihr eine Medizin herstellen, die mein Kind wieder lebendig macht? Ich kenne eine solche Medizin, antwortete der Buddha, aber zu ihrer Herstellung benötige ich bestimmte Zutaten. Erleichtert fragte die Frau, welche Zutaten braucht ihr? Bring mir eine Handvoll Senfsamen, sagte der Buddha. Die Frau versprach, sie ihm zu besorgen, aber als sie sich zum Gehen wandte, fügte er hinzu, Die Senfsamen, die ich benötige, müssen aus einem Haus stammen, in dem kein Kind, kein Ehemann und keine Ehefrau, kein Elternteil und kein Diener jemals gestorben sind. Die Frau willigte ein und suchte von Haus zu Haus nach den Senfsamen. Überall waren die Leute bereit, ihr die Samen zu geben, aber wenn sie fragte, ob irgendjemand in dem Haus gestorben sei, erfuhr sie, dass der Tod sämtlichen Familien einen Besuch abgestattet hatte. Kisagotami konnte kein Heim finden, das vom Leid des Todes verschont worden war. Als sie merkte, dass sie in ihrem Kummer nicht allein war, ließ sie von dem leblosen Körper ihres Kindes ab und kehrte zum Buddha zurück, der voller Mitgefühl sagte, Das Gesetz des Todes lautet jedoch, dass es bei allen Lebewesen keine Beständigkeit gibt. Kisagotamis Suche lehrte sie, dass niemand frei von Leiden und Verlust lebt. Sie war nicht als Einzige für ein schreckliches Unglück auserwählt worden. Diese Einsicht löschte das unvermeidlich aus einem Verlust resultierende Leiden zwar nicht aus, minderte aber die aus dem Ringen mit der traurigen Tatsache hervorgehende Qual. Obwohl Schmerz und Leid allgemein menschliche Phänomene sind, können wir sie nicht leicht akzeptieren. Wir Menschen haben ein umfangreiches Repertoire an Strategien ersonnen, um Leid zu vermeiden. Manchmal benutzen wir äußere, etwa chemische Mittel, um unseren emotionalen Schmerz mit Drogen oder Alkohol zu betäuben. Außerdem verfügen wir über ein ganzes Aufgebot an inneren Mechanismen, über oft unbewusste, psychologische Abwehrhandlungen, die uns vor zu großen Schmerzen und Ängsten bewahren, wenn wir mit Problemen konfrontiert sind. Mitunter können diese Abwehrmechanismen recht primitiv sein, zum Beispiel wenn man die Existenz eines Problems einfach leugnet. In anderen Fällen ahnen wir zwar vage, dass wir ein Problem haben, aber dann stürzen wir uns in zahllose Zerstreuungen oder Ablenkungen, um das Nachdenken darüber zu vermeiden. Oder wir nehmen Projektionen zu Hilfe. Aus der Unfähigkeit heraus, ein Problem wahrzunehmen, projizieren wir es auf andere und machen sie dann für unser Leid verantwortlich. Ach, mir geht es so schlecht, aber das Problem liegt nicht bei mir, sondern bei jemand anderem. Würde dieser verdammte Chef es mir nicht dauernd so schwer machen oder würde mein Partner mich nicht ständig ignorieren oder... Wäre alles in Ordnung? Leid kann nur zeitweise vermieden werden. Wie eine Krankheit, die unbehandelt bleibt oder vielleicht nur oberflächlich mit zwar symptomlindernden, wenn aber die Ursachen nicht ausräumenden Medikamenten behandelt wurde, wird das Leid immer wieder ausbrechen und sich verschlimmern. Ein Hochgefühl durch Drogen oder Alkoholgenuss mag unseren Schmerz für eine Weile lindern, aber mit zunehmendem Gebrauch kann der physische Schaden für unseren Körper und der soziale Schaden für unser Leben weit mehr Leid verursachen, als die vage Unzufriedenheit oder die akuten emotionalen Schmerzen, die uns zunächst zu diesen Drogen hinführten. Die inneren psychologischen Abwehrmechanismen, wie Verleugnung oder Unterdrückung, mögen uns zwar ein wenig länger vor dem Schmerzgefühl schützen und abschirmen, können aber das Leid nicht beseitigen. Manchmal jedoch sitzen unsere unbewussten Strategien zur Vermeidung der Konfrontation mit unseren Problemen viel tiefer, nämlich in Bewältigungsmechanismen, die ein Teil unserer Persönlichkeitsstruktur und schwer zu beseitigen sind. Wir alle haben Freunde, Bekannte oder auch Familienmitglieder, die Probleme dadurch aus dem Weg gehen, dass sie diese auf andere projizieren und sie dafür verantwortlich machen. Sie bezichtigen im Grunde andere der Fehler, die sie als ihre eigenen erkennen müssten. Das ist jedoch mit Sicherheit keine effektive Methode zur Lösung von Problemen. Und solange diese Menschen solchen Mustern folgen, sind viele von ihnen zu einem unglücklichen Leben verurteilt. Der Dalai Lama sagte, In unserem Alltag entstehen zwangsläufig Probleme. Die größten Schwierigkeiten in unserem Leben sind die, denen wir unausweichlich begegnen, wie Alter, Krankheit und Tod. Unseren Problemen auszuweichen oder einfach nicht über sie nachzudenken, mag zwar momentane Erleichterung verschaffen, aber ich meine, es gibt eine bessere Methode. Wenn sie sich ihrem Leid direkt stellen, werden sie eher fähig sein, die Tiefe und das Wesen des Problems wirklich einzuschätzen. Solange sie in einer Schlacht nichts über Stellung und Kampfkraft ihres Feindes wissen, sind sie völlig unvorbereitet und verfurcht wie gelähmt. Wer jedoch die Stärke seines Gegners kennt und weiß, welche Waffen er ins Feld führt, ist in einer viel besseren Position, wenn er in die Schlacht zieht. Gleichermaßen sind wir, wenn wir uns mit unseren Problemen auseinandersetzen, statt ihnen auszuweichen, in einer viel besseren Ausgangsposition, um sie zu bewältigen. Diese Methode war unzweifelhaft vernünftig. Aber um das Ganze noch stärker auf den Punkt zu bringen, fragte ich, ja, aber was ist, wenn man sich direkt mit einem Problem auseinandersetzt und herausfindet, dass es keine Lösung gibt? Dann ist es doch ziemlich schwer, sich ihm zu stellen. Ich glaube, dass es trotzdem besser ist, sich dem Problem zu stellen, antwortete er. Zum Beispiel könnte man Faktoren wie Alter und Tod als negativ und unerwünscht ansehen und einfach versuchen, sie zu vergessen. Aber irgendwann werden sie ohnehin eintreten. Und hat man es immer vermieden, darüber nachzudenken, wird es einen schließlich wie ein Schock treffen und unerträgliches geistiges Unbehagen verursachen. Verwenden wir unsere Zeit jedoch darauf, auch über Alter, und andere Misshelligkeiten nachzudenken, werden wir psychisch viel stabiler sein, wenn diese Dinge geschehen, da wir uns bereits mit den Problemen und verschiedenen Arten von Leid vertraut gemacht und sie im Geiste vorweggenommen haben. Daher glaube ich, dass es nützlich sein kann, sich sehr früh mit den möglichen Arten von Leid zu beschäftigen, um die Analogie zur Schlacht wieder aufzugreifen. Das Reflektieren über Leiden könnte als eine militärische Übung betrachtet werden. Menschen, die niemals von Krieg, Kanonen, Bomben und so weiter gehört haben, werden womöglich schwach, wenn sie in den Krieg ziehen. Durch militärischen Drill jedoch bereiten sie ihren Geist auf das vor, was passieren kann. Wenn dann ein Krieg ausbricht, werden sie den Umständen eher gewachsen sein. Man kommt wirklich nicht an der Tatsache vorbei, dass Leid ein Teil des Lebens ist. Wir tendieren natürlich dazu, unsere Leiden und Probleme abzulehnen. Aber um zu akzeptieren, dass Leid ein Teil unserer täglichen Existenz ist, könnten wir damit anfangen, die Faktoren zu untersuchen, die normalerweise Unzufriedenheit und Unbehagen in uns aufkommen lassen. Im Allgemeinen macht es uns beispielsweise glücklich, wenn uns selbst oder uns nahestehenden Lob, Ruhm, Glück und andere Vorzüge zuteil werden. Und wir fühlen uns unglücklich und unzufrieden, wenn wir diese Dinge nicht bekommen oder unser Rivale sie erhält. Schauen wir jedoch auf unser Alltagsleben. Entdecken wir, dass es so viele Faktoren und Bedingungen gibt, die Schmerz, Leid und Unzufriedenheit verursachen. Die Bedingungen, die zu Freude und Glück führen, sind hingegen relativ selten. Das ist eine Tatsache, der wir uns stellen müssen, ob wir es wollen oder nicht. Und da dies die Wirklichkeit unserer Existenz ist, bedarf unserer Haltung gegenüber Leiden einer Änderung. Unsere Haltung gegenüber Leiden ist sehr wichtig, denn sie bestimmt, wie wir mit ihnen fertig werden, wenn sie auftauchen. Unsere übliche Einstellung ist die einer sehr starken Abwehr und des Nicht-Tolerierens von Schmerz und Leid. Sind wir jedoch in der Lage, unsere Haltung gegenüber dem Leid zu transformieren und eine Einstellung zu finden, die uns eine größere Toleranz erlaubt, dann kann das geistigem Unwohlsein, Unzufriedenheit und Unbehagen entgegenwirken. Für mich persönlich ist die effektivste Methode, Leid zu ertragen, die Einsicht und das Verständnis dessen, dass Leid die grundlegende Natur der unerleuchteten Existenz ist. In Zusammenhang mit dem Leid taucht ein Gefühl der Ablehnung auf, etwa »Ach, das habe ich doch nicht verdient«. Wenn man die Situation aber in dem Moment aus einem anderen Blickwinkel betrachten und einsehen kann, dass eben diese Einstellung die eigentliche Basis des Leidens ist, dann verringert sich das Gefühl der Ablehnung, das Gefühl, Opfer zu sein. Hat man diese Realität einmal verstanden und akzeptiert, dann erfährt man Leid als etwas ganz Natürliches. Wenn wir durch unsere Grundeinstellung akzeptieren, dass Leid ein natürlicher Bestandteil unserer Existenz ist, werden wir zweifellos viel toleranter gegenüber den Widrigkeiten des Lebens sein. Und ohne einen gewissen Grad an Toleranz dem Leid gegenüber wird unser Leben unglücklich. Ich finde es pessimistisch, ja entmutigend, wenn Sie von der grundlegenden Natur der Existenz als durch Leid gekennzeichnet sprechen, bemerkte ich. Der Dalai Lama entgegnete, es gibt eine Möglichkeit der Freiheit vom Leid. Indem man die Ursachen des Leidens beseitigt, kann man einen Zustand der Befreiung, einen Zustand frei vom Leid erlangen. Nach buddhistischem Denken sind die Wurzeln des Leidens Unwissenheit, Gier und Hass. Sie werden als die drei Geistesgifte bezeichnet. Diese Begriffe haben innerhalb des buddhistischen Kontexts einen spezifischen Sinn. Unwissenheit zum Beispiel bezieht sich auf eine grundlegend falsche Wahrnehmung der wahren Natur des eigenen Selbst und aller Phänomene. Durch die Einsicht in die wahren Natur der Wirklichkeit und durch die Beseitigung Leiden verursachender Faktoren wie Gier und Hass kann man einen völlig gereinigten Geisteszustand frei von Leid gewinnen. Wenn wir innerhalb eines buddhistischen Kontexts über die Tatsache reflektieren, dass die eigene tagtägliche Existenz durch Leid geprägt ist, werden wir ermutigt, uns in den Praktiken zu schulen, die die Ursachen unseres Leidens beseitigen. Gäbe es dagegen keine Hoffnung oder keine Möglichkeit der Freiheit vom Leid, wäre das bloße Reflektieren darüber nur morbid und in der Tat ziemlich negativ. Offensichtlich aus einem großen Kummer heraus fragte ein Zuhörer den Dalai Lama, haben Sie irgendeinen Vorschlag, wie man mit einem großen persönlichen Verlust fertig werden kann, zum Beispiel dem Verlust eines Kindes? In einem sanften Tonfall des Mitgefühls antwortete der Dalai Lama, bis zu einem gewissen Gerade hängt das vom persönlichen Glauben der Menschen ab. Für diejenigen, die an Wiedergeburt glauben, verringern sich Trauer und Kummer ein wenig. Sie können Trost in der Tatsache finden, dass ihr geliebtes Kind wiedergeboren wird. Für diejenigen, die nicht an Wiedergeburt glauben, gibt es gleichwohl einfache Mittel, die helfen, mit dem Verlust fertig zu werden. Zunächst könnten sie darüber reflektieren, dass es nicht nur äußerst schädlich für sie selbst und ihre Gesundheit wäre, sondern auch keinerlei Nutzen für den Verstorbenen hätte, wenn sie sich von ihrer Trauer, dem Verlustgefühl und ihrem Kummer überwältigen ließen. Ich selbst habe zum Beispiel meinen über alles verehrten Lehrer, meine Mutter und auch einen meiner Brüder verloren. Als sie starben, fühlte ich mich natürlich sehr, sehr traurig. Später dachte ich ständig daran, dass es ja keinen Zweck hat, zu viel zu trauern. Wenn ich diese Menschen wirklich liebte, musste ich ihre Wünsche mit einem ruhigen Geist erfüllen. Daher versuche ich mein Bestes, eben das zu tun. Ich halte das für die richtige Herangehensweise, wenn wir jemanden, der uns sehr lieb war, verloren haben. Der beste Weg, das Andenken an diesen Menschen zu bewahren, ist nämlich der Versuch, seine Wünsche zu erfüllen. Anfangs sind Kummer- und Angstzustände die natürliche menschliche Reaktion auf einen solchen Verlust. Aber wenn wir solchen Verlust- und Trauergefühlen endlos nachhängen, wird es gefährlich. Halten wir diese Gefühle nicht unter Kontrolle, können sie zu einer Art Egozentrik führen, einer Situation, in der man sich nur noch auf das eigene Selbst konzentriert. Dann wird man von der Verlustempfindung überwältigt und hat das Gefühl, der Einzige zu sein, der so etwas erleidet. Depression setzt ein. In Wirklichkeit gibt es noch viele andere, die die gleiche Art Erfahrung durchmachen. Wenn wir daher merken, dass wir uns allzu sehr sorgen, mag es hilfreich sein, an die anderen zu denken, die ähnliche oder sogar noch schlimmere Tragödien durchzustehen haben. Hat man das einmal erkannt, fühlt man sich nicht mehr so isoliert, als wäre man als Einziger herausgepickt worden. Das mag einen gewissen Trost vermitteln. Obwohl Schmerzen und Leid allgemein menschliche Phänomene sind, habe ich oft den Eindruck, dass in östlichen Kulturen aufgewachsene Menschen eine größere Akzeptanz und Toleranz gegenüber dem Leid besitzen. Das mag zum Teil an ihrem Glauben liegen oder vielleicht auch daran, dass Leid in ärmeren Nationen wie Indien viel sichtbarer ist als in wohlhabenderen Ländern. Hunger, Armut, Krankheit und Tod liegen offen zu Tage. Alte oder kranke Menschen werden nicht isoliert und in Heime abgeschoben, um von professionellen Pflegekräften betreut zu werden. Sie bleiben vielmehr in der Gemeinschaft und die Familie kümmert sich um sie. Wer im täglichen Kontakt mit den Realitäten des Lebens steht, kann schwerlich leugnen, dass Leid ein natürlicher Bestandteil der Existenz ist. Die westliche Gesellschaft mag zwar die Fähigkeit errungen haben, die durch harte Lebensbedingungen verursachten Leiden einzudämmen, aber sie scheint die Fähigkeit verloren zu haben, mit all dem restlichen Leid fertig zu werden. Sozialwissenschaftliche Studien machen deutlich, dass die meisten Menschen in der modernen westlichen Gesellschaft die Auffassung hegen, die Welt sei eigentlich ein ganz netter Ort und das Leben zumeist gerecht. Als gute Menschen hätten sie es verdient, dass ihnen nur Annehmliches widerfahre. Eine solche Auffassung kann natürlich einen wichtigen Beitrag zu einer glücklicheren und gesünderen Lebensführung leisten. Aber das unvermeidliche Aufkommen von Leid untergräbt diese Einstellung und erschwert es den Betroffenen glücklich und effektiv weiterzuleben. Vor einem solchen Hintergrund kann bereits ein relativ geringfügiges Trauma massive psychologische Auswirkungen haben, da man den Glauben an eine gerechte und wohlwollende Welt verliert. Dadurch verstärkt sich das Leid. Durch die technologische Entwicklung hat sich der allgemeine materielle Standard im Westen für viele ohne Zweifel verbessert. An dieser Stelle findet ein entscheidender Wandel in der Wahrnehmung statt. Da Leid immer weniger sichtbar wird, betrachten wir es nicht mehr als Teil der grundlegenden menschlichen Natur, sondern eher als Anomalie, als Zeichen des Scheiterns, als Missachtung unseres garantierten Anrechts auf Glück. Diese Denkweise enthält verborgene Gefahren. Wenn wir Leid als etwas Unnatürliches ansehen, als etwas, das wir nicht erleben sollten, dann ist es nur ein kleiner Schritt dahin, andere für unser Leiden verantwortlich zu machen. Bin ich unglücklich, muss ich das Opfer von irgendjemandem oder irgendetwas sein? Eine Vorstellung, die im Westen nur allzu verbreitet ist. Schuld können die Regierung sein, das Erziehungssystem, brutale Eltern, eine dysfunktionale Familie, das andere Geschlecht oder unser liebloser Ehepartner. Oder wir geben uns selbst die Schuld. Mit mir stimmt etwas nicht. Ich bin das Opfer einer Krankheit, vielleicht von defekten Genen. Aber die Schuldzuweisungen und die Opferhaltung verlängern unser Leid, sodass Ärger, Frustration und Groll fortdauern. Natürlich ist der Wunsch nach Freiheit von Leid das legitime Ziel eines jeden Menschen. Er entspricht unserem Streben nach Glück. Daher ist es nur angemessen, dass wir die Ursachen unseres Unglücks ermitteln und alles in unserer Macht stehende tun, um unsere Probleme zu lindern. Indem wir auf allen Ebenen, auf globaler, gesellschaftlicher, familiärer und individueller nach Lösungen suchen. Aber solange wir Leid als einen unnatürlichen, anormalen Zustand ansehen, den wir fürchten, meiden und zurückweisen, werden wir niemals die Wurzeln des Leidens herausreißen und ein glücklicheres Leben beginnen können. Selbst erzeugtes Leid Bei seinem ersten Besuch nahm der gepflegte Herr mittleren Alters, elegant mit einem schwarzen Armani Anzug bekleidet, auf höflich distanzierte Art Platz und erklärte, was ihn in meine Praxis geführt hatte. Er sprach leise, mit beherrschter, gemessener Stimme. Ich überflog im Geiste die Liste der Standardfragen, allgemeine Beschwerden, Alter, Herkunft, Ehestatus. Diese Hexe, schrie er plötzlich auf, wobei seine Stimme vor Wut zitterte. Meine verdammte Frau, Ex-Frau inzwischen, sie hatte hinter meinem Rücken eine Affäre, nach allem, was ich für sie getan habe, diese kleine, diese kleine Schlampe. Seine Stimme wurde immer lauter, zorniger und heftiger, während er in den folgenden zwanzig Minuten über seine Ex-Frau herzog. Unsere Zeit wurde knapp. Als ich merkte, dass er gerade erst richtig warm wurde und in diesem reitete ich mich ein. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten damit, sich auf eine gerade vollzogene Scheidung einzustellen. Das können wir sicher noch in späteren Sitzungen behandeln, sagte ich beruhigend. Übrigens, wie lange sind sie denn schon geschieden? Im Mai waren es 17 Jahre. Im letzten Kapitel ging es um die Bedeutung des Akzeptierens von Leid als einer natürlichen Tatsache der menschlichen Existenz. Manche Arten von Leid sind unvermeidbar. Andere dagegen selbst erzeugt. Wir haben untersucht, wie die Weigerung Leid als einen natürlichen Bestandteil des Lebens zu akzeptieren dazu führen kann, sich selbst als Opfer zu sehen und andere für die eigenen Probleme verantwortlich zu machen. Ein hundertprozentiges Rezept für ein unglückliches Leben. Wir tragen aber auch in anderer Weise zu unserem Leid bei. Allzu oft verlängern wir unseren Schmerz und halten ihn dadurch am Leben, dass wir unsere Verletzungen im Geiste immer wieder durchspielen und dabei die uns widerfahrenen Ungerechtigkeiten potenzieren. Wir holen unsere schmerzlichen Erinnerungen immer wieder hervor. Aus dem unbewussten Wunsch heraus, dass sich dadurch die Situation irgendwie ändern möge, was jedoch nie geschieht. Natürlich Leid beitragen. Es das ist sich intensiviert. Denken wir jedoch ständig über die uns zugefügten Ungerechtigkeiten nach, nähren wir natürlich den Hass. Erst dadurch wird der Hass machtvoll und heftig. Das Gleiche gilt wenn wir Zuneigung zu einem Menschen verspüren. Wir können sie durch den Gedanken verstärken, wie gut sie oder er aussieht. Und in dem Maße, wie wir in den auf jenen Menschen projizierten Qualitäten schwelgen, wird die Anhaftung an ihn immer stärker. Das zeigt nur, wie wir selbst durch konstante Gewöhnung und Gedanken an unsere Emotionen diese immer mehr intensivieren können. Oft tragen wir auch durch Überempfindlichkeit zu unserem Schmerz und Leid bei, etwa durch Überreaktionen auf Kleinigkeiten und manchmal dadurch, dass wir die Dinge zu persönlich nehmen. Wir neigen dazu, Nebensächlichkeiten überzubewerten und aufzublähen. Andererseits bleiben wir oft gleichgültig gegenüber den wirklich wichtigen Dingen, nämlich jenen, die tiefgreifende Auswirkungen auf unser Leben und langfristige Konsequenzen haben. Ob jemand leidet, hängt daher in hohem Maße davon ab, wie er auf eine bestimmte Situation reagiert. Angenommen, sie finden heraus, dass jemand hinter ihrem Rücken schlecht über sie spricht. Wenn sie sich aufgrund dieses Wissens, aufgrund dieser negativen Haltung ihnen gegenüber, verletzt fühlen und verärgert reagieren, zerstören sie selbst ihren eigenen geistigen Frieden. Ihr Schmerz ist ihre eigene persönliche Schöpfung. Verzichteten sie darauf, auf negative Weise zu reagieren und ließen sie die Verleumdung wie eine sanfte Brise an ihren Ohren vorbeiziehen, würden sie sich selbst vor diesem Gefühl der Verletzung, diesem Gefühl der Qual schützen. Obwohl man also schwierige Situationen nicht immer vermeiden kann, lässt sich doch durch die Entscheidung, wie man auf sie reagiert, das Ausmaß des Leidens einschränken. Der Dalai Lama verdeutlicht den Ursprung vieler unserer Alltagsärgernisse, die sich zu einer größeren Leidensquelle summieren können, also wie folgt. Oft tragen wir auch durch Überempfindlichkeit zu unserem Schmerz und Leid bei, etwa durch Überreaktionen auf Kleinigkeiten und manchmal dadurch, dass wir die Dinge zu persönlich nehmen. Therapeuten bezeichnen diesen Prozess zuweilen als Personalisierung unseres Schmerzes, als Tendenz unseren seelischen Horizont durch die Interpretation oder Fehlinterpretation all dessen, was sich in irgendeiner Weise auf uns auswirkt, einzuengen. Eines Abends etwa saß ich mit einem Kollegen in einem Restaurant beim Essen. Der Service erwies sich als zögerlich und kaum hatten wir Platz genommen, begann mein Kollege herumzunörgeln. Sieh dir das an, wie verdammt langsam dieser Kellner ist. Wo bleibt er bloß? Ich glaube, er ignoriert uns mit Absicht. Obwohl keiner von uns beiden dringende Verpflichtungen hatte, steigerte sich mein Kollege während des gesamten Essens immer weiter in seine Nörgeleien über den langsamen Service hinein, bis er sich schließlich in einer Klagelitanei über das Essen, das Geschirr und alles andere, was ihm nicht passte, erging. Am Ende wartete der Kellner mit zwei Desserts auf Kosten des Hauses und der ehrlichen Erklärung auf, entschuldigen Sie den langsamen Service, aber wir sind ein bisschen unterbesetzt. Einer der Köche hatte einen Todesfall in der Familie und ist heute Abend nicht da und einer der Kellner hat sich in letzter Minute krank gemeldet. Ich hoffe, sie hatten dadurch nicht zu viele Unannehmlichkeiten. Trotzdem komme ich nie wieder hierher, brummte mein Kollege beleidigt in sich hinein, als der Kellner sich entfernte. Dies nur als kleine Illustration, wie wir dadurch zu unserem eigenen Leid beitragen, dass wir jede ärgerliche Situation so personalisieren, als ob sie bewusst gegen uns gerichtet wäre. In diesem Fall war das Endergebnis letztlich nur ein ruiniertes Essen, eine Stunde voller Trübsal. Aber wenn ein solches Denken zu einem durchgängigen Muster dafür wird, wie wir mit der Welt in Beziehung treten und sich auf jede Bemerkung von Familienmitgliedern und Freunden oder auch auf gesellschaftliche Ereignisse erstreckt, dann kann es zu einer beachtlichen Leidensquelle für uns werden. Bei seiner Schilderung der weiterreichenden Folgen eines solchermaßen eingeengten Denkens machte Jacques Luceron eine sehr scharfsinnige Beobachtung. Ich begriff, dass das Unglück jeden von uns ereilt, weil wir uns für den Mittelpunkt der Welt halten, weil wir der elenden Überzeugung sind, dass wir allein unerträglich leiden müssten. Unglück besteht immer darin, sich selbst in seiner eigenen Haut, in seinem eigenen Hirn gefangen zu fühlen. In unserem Alltag treten ständig Probleme auf, aber Probleme verursachen nicht automatisch Leid. Wenn wir sie direkt angehen und unsere Energie darauf richten können, eine Lösung zu finden, können sie sich in eine Herausforderung umwandeln. Haben wir jedoch das Gefühl, dass unser Problem unfair sei, fügen wir etwas hinzu, das zu einem kraftvollen Treibstoff der geistigen Unruhe und des emotionalen Leidens werden kann. Und dann haben wir nicht nur zwei Probleme statt einem, sondern das Gefühl der Ungerechtigkeit bringt uns auch noch aus dem Gleichgewicht, erschöpft uns und raubt uns die Energie, die wir benötigen, um das eigentliche Problem zu lösen. Eines Morgens schnitt ich dieses Thema gegenüber dem Dalai Lama an. Wie können wir mit dem Gefühl der Ungerechtigkeit umgehen, das uns anscheinend so oft quält, wenn wir Probleme haben? Er antwortete, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dem Gefühl zu begegnen, dass das eigene Leid etwas Ungerechtes sei. Ich habe bereits von der Wichtigkeit gesprochen, Leid als eine natürliche Tatsache der menschlichen Existenz zu akzeptieren. Vermutlich sind die Tibeter besser in der Lage, die Realität schwieriger Situationen hinzunehmen, weil sie sich sagen, vielleicht geschieht das wegen meines Karmas aus der Vergangenheit. Sie werden das Problem negativen Handlungen zuschreiben, die sie entweder in diesem oder in einem früheren Leben begangen haben und es dadurch leichter akzeptieren. Beim Begriff Karma ist es meiner Meinung nach wichtig herauszustellen, dass manchmal aufgrund eines falschen Verständnisses der Karma-Lehre die Tendenz besteht, alles dem Karma zuzuschreiben, wodurch man sich von der Verantwortung oder der Notwendigkeit freispricht, selbst die Initiative zu ergreifen. Man könnte ganz leicht behaupten, das liegt an meinem vergangenen Karma, was soll ich tun? Da bin ich hilflos. Hier haben wir es mit einem völlig falschen Verständnis des Karmas zu tun. Denn obwohl die eigenen Erfahrungen eine Konsequenz vergangener Taten sind, heißt das nicht, dass der Einzelne keine Wahl hätte oder dass kein Raum für Eigeninitiative und Veränderung eine Veränderung zum Positiven bliebe. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Man sollte sich keinesfalls in die Passivität flüchten und sich von seiner Verpflichtung, persönlich die Initiative zu ergreifen, freisprechen, weil alles ein Resultat des Karmas sei. Denn der Begriff Karma bedeutet richtig verstanden Handlung. Karma ist ein höchst aktiver Prozess. Und wenn wir von Karma oder Handlung sprechen, meinen wir die Tat, die von einem Handelnden, nämlich uns selbst, in der Vergangenheit ausgeführt wurde. Was für eine Zukunft uns bevorsteht, ist daher in der Gegenwart in hohem Maße von uns selbst abhängig. Unsere Zukunft wird also durch die Handlungen bestimmt, die wir jetzt durchführen. Deshalb sollte Karma nicht als passive, statische Kraft verstanden werden, sondern eher als aktiver Prozess. Das bedeutet, dass der Einzelne eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Kurses spielt, den der karmische Prozess einschlägt. Zum Beispiel auch bei ganz einfachen Handlungen oder simplen Absichten wie der, unsere Nahrungsbedürfnisse zu stillen. Schon um dieses einfache Ziel zu erreichen, bedarf es einer Handlung unsererseits. Wir müssen nach Nahrung Ausschau halten und sie dann essen. Dies zeigt, dass auch das kleinste Ziel durch Handeln erreicht wird. Nun ja, das Gefühl der Ungerechtigkeit dadurch zu reduzieren, dass man es als Resultat seines eigenen Karmas hinnimmt, mag ja für Buddhisten möglich sein, warf ich ein. Aber was ist mit denen, die nicht an die Karma-Lehre glauben? Im Westen zum Beispiel. Menschen, die an einen Schöpfer, einen Gott, glauben, können schwierige Umstände leichter hinnehmen, wenn sie diese als Teil der göttlichen Schöpfung oder seines Planes sehen. Sie mögen das Gefühl haben, dass die Situation zwar sehr negativ erscheint, dass Gott jedoch allmächtig und voller Gnade ist, weshalb dahinter irgendeine Bedeutung, irgendein Sinn steht, dessen sie sich nicht bewusst sind. Ein solcher Glaube kann sie stützen und ihnen durch ihre Leidenszeit hindurchhelfen. Und was ist mit denen, die weder an die Karma-Lehre noch an die Idee eines Schöpfergottes glauben, fragte ich. Der Dalai Lama überlegte eine Weile. Für Nichtgläubige mag ein praktischer, wissenschaftlicher Ansatz hilfreich sein. Wissenschaftler halten es gewöhnlich für sehr wichtig, ein Problem objektiv zu betrachten, es ohne emotionale Beteiligung zu untersuchen. Eine objektive Analyse schwieriger oder problematischer Situationen kann sehr bedeutsam sein, denn mit diesem Ansatz wird man oft entdecken, dass hinter den Kulissen noch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. Wenn man sich zum Beispiel bei der Arbeit von seinem Chef ungerecht behandelt fühlt, können viele Faktoren im Spiel sein. Er mag über etwas anderes verärgert sein, vielleicht über eine Auseinandersetzung mit seiner Frau am Morgen. Sein Verhalten hat also gar nichts mit Ihnen persönlich zu tun und ist überhaupt nicht gegen Sie gerichtet. Natürlich müssen Sie sich der Situation immer noch stellen. Ich fragte, könnte diese wissenschaftliche Methode, mit der wir eine Situation objektiv analysieren, uns möglicherweise auch helfen zu entdecken, wie wir selbst zu dem Problem beigetragen haben? Und könnte das mit der schwierigen Situation verbundene Gefühl der Ungerechtigkeit dadurch reduziert werden? Ganz gewiss, antwortete er. Das würde definitiv viel ausmachen. Wenn wir jede Situation auf sehr unvoreingenommene und ehrliche Weise untersuchen, werden wir im Allgemeinen erkennen, dass auch wir selbst in hohem Maße für die Entwicklung der Ereignisse verantwortlich sind. Normalerweise tendieren wir dahin, die Schuld an unseren Problemen anderen, äußeren Faktoren zuzuschieben. Außerdem neigen wir dazu, nach einer einzigen Ursache Ausschau zu halten und uns dann von der Verantwortung freizusprechen. Wann immer intensive Emotionen im Spiel sind, scheint ein Ungleichgewicht zwischen dem zu bestehen, wie die Dinge erscheinen und wie sie wirklich sind. Es geht um eine ganzheitliche Betrachtungsweise der Dinge, aufgrund der Einsicht, dass es viele Geschehnisse sind, die schließlich zu einer Situation führen. Zu unserem Problem mit den Chinesen haben sich ja auch wir Tibeter viel beigetragen. Vielleicht sogar unsere Generation. Definitiv aber waren die vorhergehenden Generationen, wie ich meine, sehr nachlässig. Ich glaube daher, dass wir als Tibeter diese tragische Situation mit herbeigeführt haben. Es ist nicht fair, alles auf China zu schieben. Aber es gibt so viele Ebenen. Obwohl wir bei der Entstehung der heutigen Situation mitgewirkt haben, bedeutet das nicht, dass wir allein verantwortlich zu machen wären. Die Tibeter haben sich beispielsweise niemals völlig der chinesischen Unterdrückung gebeugt, sondern kontinuierlich Widerstand geleistet. Deswegen haben die Chinesen eine neue politische Taktik entwickelt. Die Umsiedlung großer Mengen von Chinesen nach Tibet, sodass die tibetische Bevölkerung daneben unbedeutend das tibetische Volk durch Chinesen ersetzt, und die Freiheitsbewegung ineffektiv werden würde. In diesem Fall können wir nicht sagen, dass der tibetische Widerstand die Schuld oder Verantwortung für die chinesische Politik trägt. Darauf fragte ich, wenn man nach dem eigenen Beitrag zu einer Situation sucht, was ist dann mit Situationen, die offensichtlich nicht auf eigenes Verschulden zurückzuführen sind, mit denen man selbst nichts zu tun hat? Ich meine auch unbedeutende Alltagssituationen, in denen man zum Beispiel absichtlich belogen wird. Der Dalai Lama sagte, natürlich mag man zunächst enttäuscht sein, wenn jemand nicht aufrichtig ist, aber auch hier gilt. Untersuche ich die Situation genauer, entdecke ich vielleicht, dass sein Motiv dafür, etwas vor mir zu verbergen, nicht unbedingt auf einer schlechten Absicht beruht. Möglicherweise hat er nicht genug Vertrauen zu mir. Wenn ich daher manchmal bei solchen Vorfällen Enttäuschung verspüre, bemühe ich mich, mein Gegenüber aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich denke mir dann, dass diese Person mir etwas vielleicht nicht völlig anvertrauen wollte, weil ich es nicht für mich behalten hätte. Von meinem Wesen her neige ich dazu, ganz gerade heraus zu sein. Vielleicht hat dieser Mensch deswegen entschieden, dass ich nicht fähig bin, Geheimnisse zu bewahren. So gesehen würde ich die Ursache meinen eigenen Mängeln zuschreiben. In unserem eigenen Leben mag es uns nicht immer gelingen, unseren Beitrag zu einer problematischen Situation zu ermitteln. Aber ob wir dabei erfolgreich sind oder nicht, sogar der ehrliche Versuch, nach unserer Mitwirkung an einem Problem zu suchen, erlaubt bereits eine gewisse Verschiebung des Standpunkts. Und das wiederum hilft uns, die engen, zu dem destruktiven Gefühl der Ungerechtigkeit führenden Denkmuster zu durchbrechen, die die Quelle von so viel Unzufriedenheit in uns selbst und auf der ganzen Welt sind. Schuld Als Produkte einer unvollkommenen Welt sind auch wir alle unvollkommen. Jeder von uns hat irgendwann etwas falsch gemacht. Es gibt Dinge, die wir bedauern, Dinge, die wir getan haben, die wir nicht hätten tun sollen oder die wir unterlassen haben. Wenn wir uns mit einem echten Gefühl der Reue zu unserem Fehlverhalten bekennen, können wir beheben und in Zukunft korrekt zu handeln. Aber wenn wir unsere Reue zu einem übertriebenen Schuldgefühl ausarten lassen und die Erinnerung an unsere vergangenen Übertretungen kontinuierlich durch Selbstbezichtigung und Selbsthass aufrechterhalten, so kann das nur als Quelle der unerbittlichen Selbstbestrafung und des selbsterzeugten Leidens dienen. In einem früheren Gespräch hatte der Dalai Lama Reue im Zusammenhang mit dem Tod seines Bruders geäußert, da er ihn nicht an seinem Sterbebett besuchen konnte. Weil ich wissen wollte, wie er mit Reue und möglichen Schuldgefühlen umging, fragte ich, als wir über Lobsangs Tod sprachen, erwähnten sie eine gewisse Reue. Wie sind sie mit diesem Gefühl fertig geworden? Wie haben sie es schließlich überwunden? Eine ganze Weile sann der Dalai Lama schweigend nach, bevor er antwortete, ich habe es nicht überwunden, es ist immer noch da. Er hielt wiederum inne, ehe er hinzufügte, ich empfinde zwar noch Reue, aber sie verursacht kein Gefühl der Schwere mehr, das mich bremsen würde. Niemandem wäre geholfen, wenn ich mich von diesem Reuegefühl niederdrücken ließe. Es wäre nur eine Quelle der Entmutigung und Depression ohne jeden Sinn. Meine Fähigkeit, mein Leben nach besten Kräften fortzuführen, wäre dadurch beeinträchtigt. In dem Moment wurde mir auf eindringliche Weise wieder die sehr reale Möglichkeit bewusst, dass sich ein Mensch voll den Tragödien des Lebens stellen und emotional darauf reagieren kann, sogar mit tiefer Reue, aber ohne in exzessive Schuldgefühle oder Selbstverachtung zu verfallen. Die Möglichkeit, dass ein Mensch sich selbst mit allen Begrenzungen, Schwächen und Fehlurteilen uneingeschränkt akzeptiert. Die Möglichkeit, eine schlimme Situation als solche anzuerkennen und emotional darauf zu reagieren, aber eben nicht über zu reagieren. Der Dalai Lama fühlte aufrichtige Reue angesichts des beschriebenen Vorfalls. Aber er trug diese Reue mit Würde und Anmut. Er ließ nicht zu, dass die Reue ihn niederdrückte, sondern entschied sich dafür, nach vorn zu blicken und anderen nach besten Kräften zu helfen. Ich glaube, dass wir alle lernen können, ohne das Stigma der Schuld zu leben, das uns nichts als unnötiges Leid beschert. Und zwar dadurch, dass wir unsere Denkgewohnheiten infrage stellen und eine alternative Sichtweise übernehmen, die auf den vom Dalai Lama beschriebenen Prinzipien beruht. Unser Widerstand gegen den Wandel Schuldgefühle kommen auf, wenn wir selbst davon überzeugt sind, einen nicht wieder gut zu machenden Fehler begangen zu haben. Die Qual des Schuldgefühls besteht in dem Denken, dass jedes Problem permanent sei. Da es jedoch nichts gibt, was sich nicht ändert, vergeht auch der Schmerz irgendwann. Kein Problem verharrt für immer. Das ist die positive Seite des Wandels. Die negative Seite ist, dass wir uns dem Wandel in fast jedem Lebensbereich widersetzen. Die Befreiung vom Leid beginnt mit der Erforschung einer der primären Ursachen, des Widerstands gegen den Wandel. Bei der Beschreibung der sich fortwährend wandelnden Natur des Lebens erklärte der Dalai Lama, es ist extrem wichtig, die Ursachen oder die Entstehung des Leidens zu erforschen. Zunächst müssen wir die Vergänglichkeit unserer Existenz klar erkennen. Alle Dinge, Ereignisse und Phänomene sind dynamisch. Sie ändern sich jeden Moment. Nichts bleibt statisch. Diese Natur des momentanen Wandels der Phänomene gleicht einem eingebauten Mechanismus. Und da alle Dinge dem Wandel unterworfen sind, existiert nichts in einem Zustand der Permanenz, kann nichts aus eigener Kraft dasselbe bleiben. Alle Dinge unterliegen der Macht oder dem Einfluss anderer Faktoren. In keinem Moment wird also die eigene Erfahrung andauern, wie angenehm oder erfreulich sie auch sein mag. Das ist die Grundlage einer Kategorie des Leidens, die im Buddhismus als das Leid des Wandels bezeichnet wird. Ob man das Leben aus einer buddhistischen oder einer westlichen Perspektive betrachtet, es ist eine Tatsache, dass das Leben Wandel ist. Und solange wir uns weigern, diese Tatsache zu akzeptieren und uns weiterhin dem natürlichen Wandel des Lebens widersetzen, werden wir auch unser eigenes Leid verlängern. Oft genug verursachen wir unser eigenes Leid durch die Weigerung, die Vergangenheit loszulassen. Manchmal wird unser Leben umso grotesker und verzerrter, je mehr wir an der Vergangenheit festzuhalten suchen. Finden wir uns dagegen prinzipiell mit der Unvermeidlichkeit des Wandels ab, kann uns diese Einstellung helfen, mit vielen Problemen fertig zu werden. Margaret, eine 31-jährige Journalistin, liefert ein Beispiel dafür, wie entscheidend es ist, den Wandel innerhalb einer persönlichen Beziehung zu erkennen und zu akzeptieren. Sie kam zu mir, um sich über ein unterschwelliges Angstgefühl zu beklagen, das sie ihrer kürzlichen Scheidung zuschrieb. Ich bat sie, mir die Umstände ihrer Scheidung zu schildern. Man kann sie wohl als freundschaftlich beschreiben, sagte sie. Es gab keine großen Streitigkeiten. Mein Ex-Mann und ich haben beide gute Jobs, es gab also keine finanziellen Probleme. Wir haben einen Sohn, aber er scheint sich mit der Scheidung abgefunden zu haben. Mein Ex-Mann und ich haben eine gemeinsame Sorgerechtsvereinbarung, die gut funktioniert. Ich fragte, können Sie mir sagen, was zu der Scheidung führte? Wir liebten uns wohl einfach nicht mehr, seufzte sie. Irgendwie scheint die Romantik allmählich verflogen zu sein. Wir hatten nicht mehr die gleiche Nähe wie damals, als wir frisch verheiratet waren. Wir waren beide sehr beschäftigt mit unserer Arbeit und unserem Sohn und schienen uns irgendwie auseinander gelebt zu haben. Auch eine Eheberatung half uns nicht. Zwar kamen wir immer noch gut miteinander aus, aber eher wie Bruder und Schwester. Ich spürte keine Liebe wie in einer wirklichen Ehe. Jedenfalls stimmten wir darin überein, dass eine Scheidung wohl das Beste wäre. Irgendetwas fehlte plötzlich. Obwohl sie einander immer noch gern mochten, hatten Margaret und ihr Mann das Abnehmen ihrer Leidenschaft als ein Zeichen dafür interpretiert, dass ihre Ehe zu Ende war. Allzu oft halten wir ein Nachlassen der Leidenschaft für einen Hinweis auf ein unheilvolles Beziehungsproblem. Und häufig mag die erste Regung eines Wandels in unserer Partnerschaft ein Panikgefühl hervorrufen. Haben wir vielleicht doch nicht den richtigen Partner gewählt? Er oder sie erscheint uns einfach nicht mehr als die Person, in die wir uns einmal verliebt haben. Uneinigkeiten kommen auf. Uns ist vielleicht gerade nach Sex zumute, aber unser Partner ist müde. Oder wir wollen einen bestimmten Film sehen, aber unser Partner interessiert sich nicht dafür oder hat keine Zeit. Vielleicht entdecken wir Differenzen, die wir nie zuvor bemerkt haben. Also gelangen wir zu dem Schluss, dass wir uns auseinander gelebt haben müssen. Die Lage ist einfach nicht mehr dieselbe und vielleicht sollten wir uns scheiden lassen. Was kann man da tun? Beziehungsexperten produzieren am laufenden Band Bücher, die uns genau mitteilen, was zu unternehmen ist, wenn die Flamme der Leidenschaft und der Romantik schwächer wird. Sie bieten eine Unzahl von Vorschlägen an, welche die romantische Liebe wieder entfachen sollen. Ändere deinen Zeitplan, um den romantischen Augenblicken Priorität zu verschaffen. Organisiere Abendessen oder Wochenendtrips und lerne, ein sinnvolles Gespräch zu führen. Manchmal helfen diese Dinge, manchmal aber auch nicht. Bevor wir die Beziehung jedoch für Tod erklären, ist es überaus nützlich, Abstand zu gewinnen, die Situation einzuschätzen und uns mit so viel Wissen wie möglich über die normalen zwischenmenschlichen Muster des Wandels auszurüsten. Im Laufe unseres Lebens entwickeln wir uns vom Säuglingsalter zur Kindheit, zum Erwachsenendasein und zum Greisentum. Das akzeptieren wir als natürlichen Gang der Dinge. Aber auch eine Beziehung ist ein dynamisches, lebendiges System, bestehend aus zwei Organismen, die in einer lebendigen Umgebung miteinander interagieren. Und in einem lebendigen System ist es natürlich und richtig, dass man verschiedene Stufen durchläuft. In jeder Beziehung gibt es verschiedene Gerade der physischen, emotionalen und intellektuellen Nähe. Ob körperlicher Kontakt oder Austausch von Gefühlen, Gedanken und Ideen, all das sind legitime Wege, mit denjenigen in Verbindung zu treten, die wir lieben. Es ist ganz normal, dass das Gleichgewicht schwankt. Manchmal nimmt die physische Nähe ab, während sich die emotionale Nähe verstärkt. Ein andermal ist uns nicht danach zumute Worte auszutauschen, sondern wir wollen einfach nur umarmt werden. Wenn wir sensibel sind, können wir immer wieder in den Genuss des anfänglichen Zaubers der Leidenschaft in unserer Beziehung kommen. Und wenn sie abkühlt, können wir uns, statt Besorgnis oder Ärger zu empfinden, neuen Formen der Intimität in unserer Partnerschaft öffnen, die gleichwertig oder sogar noch befriedigender sind. Wir können uns an unserem Partner als Gefährten erfreuen und eine stetigere, tiefere Bindung genießen. In seinem Buch Liebe geht durch die Haut beschreibt Desmond Morris die normalen Veränderungen, die im Bedürfnis eines Menschen nach Nähe auftreten. Er meint, dass jeder von uns immer wieder drei Phasen durchläuft. Halt mich fest, lass mich los und lass mich allein. Dieser Kreislauf wird bereits in den ersten Lebensjahren deutlich, wenn Kinder von der Halt-mich-fest-Phase des Säuglingsalters zur Lass-mich-los-Phase übergehen, in der sie die Welt zu erforschen, zu krabbeln und zu laufen beginnen und eine gewisse Unabhängigkeit und Autonomie gegenüber der Mutter erlangen. Das gehört zur normalen Entwicklung und zum normalen Wachstum. Zur Ausschöpfung unseres vollen Potenzials als Menschen müssen wir in der Lage sein, unser Bedürfnis nach Nähe und Kontakt mit den Phasen auszubalancieren, in denen wir uns mit einem Gefühl der Autonomie nach innen wenden, um als Individuen zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Wenn wir das begreifen, werden wir nicht mehr mit Schrecken oder Panik reagieren, sobald wir ein Auseinanderleben zwischen uns und unserem Partner bemerken. Schließlich geraten wir auch nicht in Panik, wenn wir an der Küste Ebbe und Flut beobachten. Gewiss kann eine zunehmende emotionale Distanz manchmal ernste Probleme, eine Unterströmung von Ärger zum Beispiel in einer Beziehung signalisieren und auch Trennungen kommen vor. Man sollte jedoch berücksichtigen, dass eine zunehmende Distanz nicht automatisch mit einem Unglück gleichzusetzen ist. Sie kann genauso gut Teil eines Zyklus sein, der zu einer Neubestimmung der Partnerschaft zurückführt, welche die Intimität der Vergangenheit wieder erreichen oder sogar noch übertreffen kann. Der Akt der Akzeptanz, der Erkenntnis, dass der Wandel einen natürlichen Bestandteil unserer Interaktion mit anderen bildet, kann daher für unsere Beziehungen eine entscheidende Rolle spielen. Wir mögen entdecken, dass gerade zu den Zeiten, in denen wir uns am stärksten enttäuscht fühlen, eine tiefe Transformation eintreten kann. Diese Übergangsperioden können zu Wendepunkten werden, an denen wahre Liebe zu Reifen und zu Blühen beginnt. Unsere Beziehung basiert dann vielleicht nicht mehr auf intensiver Leidenschaft, auf der Sicht des Anderen als Verkörperung der Vollkommenheit oder dem Gefühl, mit dem Partner zu verschmelzen. Aber dafür sind wir nun in der Lage, den Anderen wirklich kennenzulernen, ihn als eigenständiges Individuum einzuschätzen, mit Fehlern und Schwächen vielleicht, aber als menschliches Wesen wie wir selbst. Erst an diesem Punkt können wir eine echte Verpflichtung eingehen, einer Verpflichtung gegenüber dem Wachstum eines anderen menschlichen Wesens. Und das ist ein wahrer Akt der Liebe. Vielleicht hätte Margarets Ehe gerettet werden können, wenn beide den natürlichen Wandel in ihrer Beziehung akzeptiert und eine neue auf anderen Faktoren als Leidenschaft und Romantik basierende Partnerschaft aufgebaut hätten. Zum Glück jedoch endete die Geschichte hier noch nicht. Zwei Jahre nach meiner letzten Sitzung mit Margridge stieß ich in eine Einkaufspassage auf sie. Wie ist es ihnen ergangen? fragte ich. Es könnte nicht besser sein, rief sie. Letzten Monat haben mein Ex-Mann und ich wieder geheiratet. Wirklich? Ja, und es läuft prima. Wir haben uns natürlich wegen des gemeinsamen Sorgerechts weiterhin getroffen. Am Anfang war es schwierig, aber nach der Scheidung ließ der Druck irgendwie nach. Wir erwarteten nichts mehr voneinander und wir merkten, dass wir uns immer noch mochten und liebten. Es ist nicht mehr dasselbe wie damals, als wir frisch verheiratet waren, aber das macht nichts. Wir sind wirklich glücklich miteinander. Wir gehören einfach zusammen. Änderung der Perspektive Die Fähigkeit, die Perspektive zu ändern, kann für uns eines der wirksamsten Instrumente sein, um mit den Problemen des täglichen Lebens fertig zu werden. Der Dalai Lama erklärte, die Fähigkeit, Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, kann sehr nützlich sein. Dadurch kann man einmal gemachte Erfahrungen heranziehen, um Gemütsruhe zu erlangen. Man muss erkennen, dass jedes Phänomen, jedes Geschehen unterschiedliche Aspekte hat. Alles ist relativ. Ich zum Beispiel habe mein Land verloren. Das ist für sich betrachtet sehr tragisch. Außerdem geschehen dort schlimme Dinge. Vieles wird zerstört und das ist etwas sehr Negatives. Aber wenn ich das gleiche Geschehen von einem anderen Standpunkt aus betrachte, wird mir klar, dass ich als Flüchtling nun eine andere Perspektive habe. Als Flüchtling muss ich mich weniger als früher an Formalitäten, zeremoniell und Protokoll halten. Wenn alles beim Alten bleibt, wenn die Dinge in Ordnung sind, dann agiert man häufig nur ganz mechanisch und täuscht etwas vor. Wenn man aber eine schreckliche Situation durchmacht, hat man keine Zeit, etwas vorzutäuschen. So gesehen war diese tragische Erfahrung sehr nützlich für mich. Das Leben als Flüchtling bietet außerdem zahlreiche neue Gelegenheiten mit Menschen zusammen zu treffen. Menschen aus verschiedenen religiösen Traditionen, aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, Menschen, die ich nicht kennengelernt hätte, wenn ich in meinem Land geblieben wäre. In der Hinsicht war das sehr sehr hilfreich. Wenn Probleme auftauchen, scheint sich unser Blickfeld häufig zu verengen. Unsere ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf die Sorgen über das Problem und wir haben das Gefühl, womöglich die Einzigen zu sein, die solche Schwierigkeiten durchmachen. Das kann dazu führen, dass unsere Gedanken nur noch um uns selbst kreisen, wodurch das Problem überproportional wichtig erscheint. In solchen Fällen kann es helfen, die Dinge aus einer breiteren Perspektive zu sehen und zu erkennen, dass es viele andere Menschen gibt, die ähnliche und sogar schlimmere Erfahrungen durchgemacht haben. Wenn man Vergleiche anstellen und seine Situation aus einer anderen Perspektive sehen kann, dann ereignet sich etwas. Blickt man dagegen nur auf das eine Ereignis, dann wird es immer größer. Konzentriert man sich zu intensiv auf ein Problem, so wirkt es unkontrollierbar. Aber wenn man das Problem mit einem anderen vergleicht oder es aus einer gewissen Distanz betrachtet, dann erscheint es kleiner und nicht mehr so überwältigend. Ich warnte mich an den Dalai Lama. Angenommen jemand macht uns ärgerlich. Die natürliche Reaktion auf eine Verletzung, die spontane Reaktion ist doch die, zornig zu werden. Wie sollte man ihrer Meinung nach mit einer solchen Situation umgehen? Der Dalai Lama nickte gedankenvoll und musterte mich. Ich fragte mich, ob er spürte, dass ich das Thema auch aus persönlichen Gründen ansprach. Wenn wenn sie es von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachten, hat die Person, die den Ärger in ihnen hervorgerufen hat, wohl auch eine Menge positiver Aspekte, positiver Eigenschaften. Mit einiger Mühe werden sie viele unterschiedliche Aspekte eines einzigen Ereignisses erkennen können. Und das wird ihnen nützen. Ich fragte aber was ist, wenn sie nach den positiven Merkmalen einer Person oder eines Vorfalls suchen und nichts finden? Der Dada Lama sagte in dem Fall wären sie wahrscheinlich in einer Situation, die etwas mehr Anstrengung erfordert. Verwenden sie einige Zeit darauf, ernsthaft nach einer anderen Perspektive hinsichtlich der Situation zu suchen. Kratzen sie nicht nur an der Oberfläche, sondern forschen sie ganz gezielt und direkt. Hier sind alle logischen Kräfte gefragt, um die Situation so objektiv wie nur möglich betrachten zu können. Sie könnten zum Beispiel über die Tatsache reflektieren, dass wir dazu neigen, jemandem, auf den wir ärgerlich sind, nur negative Eigenschaften zuzuschreiben. Ebenso tendieren wir dazu, jemanden, den wir anziehend finden, rein positiv zu sehen. Aber diese Wahrnehmung entspricht nicht der Realität. Obwohl man also, wenn man auf jemanden ärgerlich ist, das Gefühl haben mag, dass der Betreffende keine positiven Eigenschaften hat, ist es in Wahrheit doch so, dass niemand hundertprozentig schlecht ist. Er muss irgendwelche guten Eigenschaften haben, wenn man nur gründlich genug danach sucht. Die Tendenz, jemanden als völlig negativ zu sehen, beruht also auf der eigenen Wahrnehmung, die wiederum von der eigenen geistigen Projektion und nicht von der wahren Natur jener Person abhängt. In gleicher Weise kann eine Situation, die man zunächst als hundertprozentig negativ wahrnimmt, auch einige positive Aspekte haben. Oft reicht es aber nicht aus, einen positiven Gesichtspunkt an einer schlimmen Situation zu finden, sondern man muss dieser Idee Nachdruck verleihen. Vielleicht muss man sich diesen positiven Faktor viele Male in Erinnerung rufen, bis sich das eigene Gefühl allmählich ändert. Allgemein gesprochen, steckt man erst einmal in einer schwierigen Situation, ist es nicht möglich, seine Haltung dadurch zu ändern, dass man ein- oder zweimal einen bestimmten Gedanken verfolgt. Vielmehr ist ein regelrechter Lern-, Übungs- und Gewöhnungsprozess erforderlich, der einen befähigt, das Problem zu bewältigen. Eine neue Perspektive gegenüber dem Feind. Der Dalai Lama sagte, Im Buddhismus wird der Haltung gegenüber Rivalen oder Feinden im Allgemeinen große Aufmerksamkeit gewidmet. Und zwar deshalb, weil Hass der größte Stolperstein bei der Entwicklung von Mitgefühl und Glück ist. Wenn sie lernen können, ihren Feinden gegenüber Geduld und Toleranz zu entwickeln, dann wird alles viel leichter. Ihr Mitgefühl mit allen anderen wird ganz natürlich zu fließen beginnen. Daher spielen die eigenen Feinde für spirituell Praktizierende eine wichtige Rolle. Meiner Ansicht nach ist Mitgefühl die Essenz eines spirituellen Lebens. Und um bei der Entwicklung von Liebe und Mitgefühl erfolgreich zu sein, ist die Praxis von Geduld und Toleranz unverzichtbar. Es gibt keine innere Kraft, die der Geduld gleich käme. Ebenso wie es keine schlimmere Heimsuchung als den Hass gibt. Deshalb sollten wir uns nach besten Kräften bemühen, keinen Hass gegenüber unserem Feind zu hegen, sondern die Begegnung mit ihm vielmehr als Gelegenheit zur Vertiefung der eigenen Geduld und Nachsicht nutzen. Die Auseinandersetzung mit dem Feind ist eine notwendige Voraussetzung zur Einübung von Geduld. Ohne das Zutun des Feindes besteht keine Möglichkeit für die Entstehung von Geduld und Nachsicht. Unsere Freunde stellen uns gewöhnlich nicht auf die Probe und bieten uns keine Gelegenheit Geduld zu kultivieren. Nur unsere Feinde tun das. Von diesem Standpunkt aus können wir unseren Feind als großen Lehrer ansehen und ihn dafür verehren, dass er uns die kostbare Gelegenheit bietet bietet, Geduld zu üben. Nun gibt es zwar sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, aber relativ wenige, mit denen wir zu tun haben, und noch weniger, die uns Probleme verursachen. Wenn man also auf solch eine Chance trifft, Geduld und Toleranz zu üben, sollte man ihr mit Dankbarkeit begegnen. Sie ist selten. Gerade als ob man unerwartet einen Schatz in seinem Haus gefunden hätte, sollte man sich freuen und jenen dankbar sein, die einem diese kostbare Gelegenheit bieten. Denn zeigt sich jemals ein Erfolg in unserer Praxis von Geduld und Nachsicht den entscheidenden Faktoren zur Bekämpfung negativer Emotionen, dann geht er ebenso auf das Zusammenwirken der eigenen Bemühungen wie auf die durch unseren Feind gebotene Chance zurück. Natürlich könnte man immer noch denken, wieso sollte ich meinen Feind hochschätzen. Er wollte mir gar nicht helfen, er wollte mir schaden, er hat bestimmt keinen Respekt verdient. In Wirklichkeit ist es gerade dieser hasserfüllte Geisteszustand des Feindes, seine Absicht uns zu schaden, die seine Handlung so einzigartig macht. Denn ginge es nur um den Akt der Verletzung, würden wir auch Ärzte hassen und sie als Feinde ansehen, weil sie manchmal Mittel, etwa eine Operation, anwenden, die schmerzhaft sein können. Aber dennoch betrachten wir dieses Tun weder als schädigenden noch als feindlichen Akt, weil es die Intention des Arztes ist, uns zu helfen. Daher ist es genau der Vorsatz, uns zu schaden, der den Feind einzigartig macht und uns die kostbare Gelegenheit gibt, Geduld zu üben. Der Vorschlag des Dalai Lama, die eigenen Feinde wegen der Gelegenheiten zum inneren Wachstum, die sie einem bieten, hochzuschätzen, mag zunächst etwas schwer zu verdauen sein. Aber die Situation ist damit vergleichbar, dass jemand versucht, durch Gewicht heben, seinen eigenen Körper zu formen und zu stärken. Man müht sich ab, schwitzt und kämpft. Dennoch ist es gerade der Akt, gegen einen Widerstand anzukämpfen, der letztlich unsere Kraft erhöht. Man schätzt eine gute Ausstattung an Gewichten nicht, weil sie für unmittelbares Vergnügen sorgt, sondern wegen des Nutzens, den man am Ende daraus zieht. Vielleicht sind sogar die Behauptungen des Dalai Lama hinsichtlich der Seltenheit und Kostbarkeit des Feindes nicht nur merkwürdige Rationalisierungen. Im Grunde kämpfen die meisten Menschen nicht gegen Legionen von Feinden. Gewöhnlich ist ihre Abneigung auf wenige Personen beschränkt, vielleicht auf einen Chef oder einen Kollegen, einen früheren Partner, einen Bruder oder eine Schwester. So gesehen ist der Feind wirklich selten und unser Nachschub begrenzt. Es ist der Kampf, der Prozess, den Konflikt mit dem Feind zu lösen, durch Lernen, Untersuchen und auffinden alternativer Wege zum Umgang mit ihm, der letztlich zu wahrem Wachstum, Einsicht und einem erfolgreichen Ergebnis führt. Man stelle sich vor, wie es wäre, wenn wir durchs Leben gingen und dabei niemals auf einen Feind oder auf andere Hindernisse treffen würden. Das mag zunächst gut klingen. Für die ersten Lebensmonate ist es auch angemessen. Aber würde es andauern, könnte es nur dazu führen, dass wir zu einer galärtartigen Masse, einem Monstrum würden, mit dem geistigen und emotionalen Entwicklungsstand von Kalbfleisch. Es ist gerade der Lebenskampf, der uns zu dem macht, was wir sind. Und es sind unsere Feinde, die uns prüfen und uns den zum Wachstum nötigen Widerstand liefern. Neue Perspektiven entdecken Bei dem Versuch, die vom Dalai Lama beschriebene Methode des Perspektiven Wechsels gegenüber dem Feind anzuwenden, stieß ich während eines geschäftlichen Fluges zufällig auf eine andere Technik. Wie üblich hatte ich im Flugzeug einen Sitz am Gang gebucht. Man hatte mir jedoch versehentlich einen Mittelsitz zugeteilt. Ich war eingepfercht zwischen einem schwergewichtigen Mann und einer Frau mittleren Alters, der gegenüber ich eine spontane Abneigung empfand, weil sie meinen Gangsitz in Beschlag genommen hatte. Etwas an dieser Frau störte mich sehr. Gleich nach dem Start begann sie ununterbrochen auf den direkt vor ihr sitzenden Mann einzureden. Der Mann erwies sich als ihr Gatte und ich bot galant an, den Platz mit ihm zu tauschen. Aber er weigerte sich, denn beide wollten einen Gangsitz haben. Ich wurde immer ärgerlicher. Dann fiel mir ein, dass dies die perfekte Gelegenheit war, um die Entwicklung von Geduld zu üben. Ich begann also mit der Technik, meine Feindin auf dem Gangsitz als meine geschätzte Wohltäterin zu visualisieren, die neben mich platziert worden war, um mich Geduld und Nachsicht zu lehren. Das schien mir ein Kinderspiel zu sein. Schließlich konnte ich, was Feinde anbelangt, kaum milder wegkommen. Ich war dieser Frau gerade erst begegnet und sie hatte eigentlich nichts getan, um mir irgendwie zu schaden. Nach etwa zwanzig Minuten gab ich auf. Sie nervte mich immer noch. Übel gelaunt starrte ich auf eine ihrer Hände. Ich hasste alles an dieser Frau. Abwesend blickte ich auf ihren Daumennagel. Als mir in den Sinn kam, hasse ich diesen Daumennagel? Eigentlich nicht. Es war nur ein gewöhnlicher Daumennagel. Als nächstes warf ich einen Blick auf eines ihrer Augen und fragte mich, hasse ich dieses Auge wirklich? Ich musste zugeben, dass ich es nicht tat. Ich spürte, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich ging über zu einem Fingerknöchel, einem Finger, dem Kiefer, einem Ellbogen. Mit einiger Überraschung stellte ich fest, dass es Teile an dieser Frau gab, die ich die Konzentration auf Details, auf Besonderheiten anstelle grober Verallgemeinerungen machte einen subtilen inneren Wandel, eine Milderung möglich. Dieser Perspektivenwechsel riss eine Öffnung in mein Vorurteil, die gerade groß genug war, um diese Frau einfach als ein anderes menschliches Wesen zu betrachten. Da wandte sie sich mir plötzlich zu und begann ein Gespräch. Ich weiß nicht mehr, worüber wir sprachen, es war vorwiegend Smalltalk, aber am Ende des Fluges hatten sich mein Ärger und meine Missstimmung aufgelöst. Zugegeben, sie wurde nicht meine neue Lieblingsfreundin, aber sie war auch nicht mehr die böse Usurpatorin meines Gangsitzes, sondern nur ein anderes menschliches Wesen wie ich, das sich so gut es kann durchs Leben schlägt. Ein beweglicher Geist und die Wichtigkeit flexiblen Denkens Die Fähigkeit des Perspektiven Wechsels, das Vermögen, seine Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, wird durch die Eigenschaft eines beweglichen Geistes genährt. Der letztliche Nutzen eines beweglichen Geistes besteht darin, dass er uns erlaubt, alles Leben wahrzunehmen, ganz und gar lebendig und menschlich zu sein. Jeder von uns kann die gleiche Beweglichkeit des Geistes entwickeln. Sie ergibt sich, zumindest teilweise, aus unserem Bemühen, unsere Perspektive zu erweitern und neue Blickwinkel zu erproben. Das Resultat ist eine simultane Bewusstheit des Gesamtbildes ebenso wie unserer individuellen Umstände. Dieser zweifache Ausblick, eine gleichzeitige Sicht der großen Welt und unserer eigenen kleinen Welt kann als eine Art Raster dienen und uns helfen, das, was im Leben wichtig ist, vom Unwichtigen zu trennen. Es besteht eine wechselseitige Beziehung zwischen einem beweglichen Geist und der Fähigkeit, die eigene Perspektive zu verschieben. Ein beweglicher, flexibler Geist hilft uns, unsere Probleme von unterschiedlichen Standpunkten aus anzugehen. Umgekehrt kann der ganz bewusste Versuch, unsere Probleme objektiv aus verschiedenen Blickwinkeln zu prüfen, als eine Art Flexibilitätstraining für den Geist betrachtet werden. In der heutigen Welt ist das Bemühen um eine flexible Denkweise nicht nur eine selbstbezogene Übung für müßige Intellektuelle, sie kann sogar zur Überlebensfrage werden. Im Laufe der Evolution haben die Arten, die am flexibelsten, am anpassungsfähigsten gegenüber Umweltveränderungen waren, überlebt und sind gediehen. Das heutige Leben ist durch plötzliche, unerwartete und manchmal gewaltsame Wechsel geprägt. Ein beweglicher Geist kann uns helfen, die äußeren, um uns herum vorgehenden Veränderungen miteinander in Einklang zu bringen. Er ermöglicht uns, all unsere inneren Konflikte, Ungereimtheiten und Ambivalenzen zu integrieren. Ohne die Kultivierung eines geschmeidigen Geistes wird unsere Haltung brüchig und unsere Beziehung zur Welt von Furcht geprägt. Nehmen wir dagegen eine flexible, bewegliche Haltung gegenüber dem Leben ein, können wir unsere Gelassenheit sogar unter den unruhigsten und turbulentesten Bedingungen bewahren. Der Dalai Lama hat eine Reihe von Grundüberzeugungen, die all seine Handlungen prägen. Den Glauben an das Gute im Menschen, den Glauben an den Wert des Mitgefühls, eine Politik der Güte und ein Gefühl der Verbundenheit mit allen Lebewesen. Wenn ich betone, wie wichtig es ist, flexibel und anpassungsfähig zu sein, meine ich natürlich nicht, dass wir uns in Kamäleons verwandeln sollten und jedes neue Glaubenssystem übernehmen, unsere Identität dauernd ändern und uns jede Idee passiv einverleiben. Höhere Wachstums- und Entwicklungsstadien sind auf Leitprinzipien angewiesen, auf ein Wertesystem, das unserem Leben Beständigkeit und Klarheit verleiht und als Maßstab für unsere Erfahrungen dient. Eine Entscheidungsgrundlage dafür, welche unserer Ziele wertvoll und welche bedeutungslos sind. Die Frage ist, wie wir solche Werte standhaft und konsequent wahren und gleichzeitig flexibel bleiben können. Der Dalai Lama scheint dies erreicht zu haben, indem er sein Wertesystem auf wenige grundlegende Fakten reduziert hat. Erstens, ich bin ein Mensch. Zweitens, ich möchte glücklich sein und nicht leiden. Drittens, andere Menschen möchten wie ich ebenfalls glücklich sein und nicht leiden. nicht die Betonung der Unterschiede, sondern der gemeinsamen Basis führt zur Verbundenheit mit allen Menschen und zu seinem fundamentalen Glauben an den Wert von Mitgefühl und Altruismus. Genauso kann es sich für uns lohnen, wenn wir einige Zeit darauf verwenden, über unser eigenes Wertesystem nachzudenken und es auf seine Grundprinzipien zu reduzieren. Die Fähigkeit, unsere Prinzipien auf ihre Urelemente zurückzuführen und unser Leben darauf zu gründen, verschafft uns die größte Freiheit und Flexibilität im Umgang mit der Vielzahl von Problemen, die uns alltäglich begegnen. Gelassenheit finden Eine flexible Einstellung zum Leben hilft uns nicht nur mit Alltagsproblemen fertig zu werden. Sie wird auch zur Basis einer unverzichtbaren Voraussetzung für ein glückliches Leben, der Gelassenheit. Nachdem der Dalai Lama es sich eines Morgens in seinem Sessel bequem gemacht hatte, erläuterte er den Wert einer ausgeglichenen Lebensführung. Eine ausgeglichene und geschickte Lebensweise, die Extreme vermeidet, ist ein sehr wichtiger Faktor im Alltag. Wer einen Schößling pflanzt, muss gerade im ersten Stadium sehr behutsam und geschickt vorgehen. Zu viel Feuchtigkeit oder zu viel Sonnenlicht werden ihn abtöten und zu wenig ebenfalls. Nötig ist also ein sehr ausgeglichenes Umfeld, in dem der Schößling gesund heranwachsen kann. Auch für die Gesundheit eines Menschen kann ein zu viel oder zu wenig destruktive Auswirkungen haben. Dieses behutsame und geschickte Verfahren, das Extreme vermeidet, wirkt sich auch auf die geistige Gesundheit und das emotionale Wachstum aus. Entdecken wir an uns selbst beispielsweise zunehmende Arroganz und Aufgeblasenheit, weil wir uns aufgrund unserer eingebildeten oder wirklichen Errungenschaften oder Qualitäten überschätzen. Dann besteht das Gegenmittel darin, mehr über die eigenen Probleme und Leiden nachzudenken und die unbefriedigenden Aspekte der Existenz zu betrachten. Das wird dazu beitragen, uns von einem überhöhten Geisteszustand herunter und wieder mehr auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Lässt man sich umgekehrt durch die Reflexion über die unbefriedigende Natur der Existenz über Leid, Schmerz etc. überwältigen, dann besteht die Gefahr, ins andere Extrem zu verfallen. In dem Fall wird man womöglich entmutigt, hilflos und depressiv und denkt, ich bin zu nichts imstande, ich tauge einfach nichts. Unter solchen Umständen ist es wichtig, dass wir uns durch das Nachdenken über unsere Errungenschaften, die Fortschritte, die wir gemacht haben und unsere anderen positiven Eigenschaften aufrichten und die Demoralisierung überwinden. Hier ist also ein sehr ausgewogener und geschickter Ansatz erforderlich. Diese Methode fördert nicht nur die physische und emotionale Gesundheit, sondern wirkt sich auch auf das spirituelle Wachstum aus. Der Dalai Lama sagte, die buddhistische Tradition enthält viele verschiedene Techniken und Praktiken, aber man muss bei der Anwendung der unterschiedlichen Methoden geschickt vorgehen und darf nicht übertreiben, auch kommt es auf Ausgewogenheit an. Bei buddhistischen Praktiken ist es wichtig, Studium und Wissen mit Kontemplation und Meditation zu verbinden, damit kein Ungleichgewicht zwischen dem akademischen oder intellektuellen Wissen und der praktischen Anwendung entsteht. Da bedarf es also eines Gleichgewichts. Ich warf ein, sie betonen die Wichtigkeit, Extreme zu vermeiden, aber sorgen nicht gerade die Extreme für Aufregung und Würze im Leben. Wenn man alle Extreme im Leben vermeidet und immer den Mittelweg wählt, führt das nicht zu einer öden, farblosen Existenz? Der Dalai Lama schüttelte den Kopf. Man muss die Ursachen von extremem Verhalten begreifen. Nehmen Sie zum Beispiel das Streben nach materiellen Gütern, nach Wohnung, Möbeln, Kleidung etc. Einerseits kann Armut als extrem angesehen werden und wir haben fraglos das Recht, sie zu überwinden und unsere physische Bequemlichkeit zu sichern. Auf der anderen Seite bildet zu viel Luxus das Trachten nach exzessivem Reichtum ein weiteres Extrem. Unser Endziel auf der Suche nach mehr Wohlstand ist ein Gefühl der Befriedigung, des Glücks. Aber die eigentliche Basis dafür, immer mehr zu suchen, ist ein Gefühl des Mangels, ein Gefühl der Unzufriedenheit. Diese Unzufriedenheit, diese Gier nach immer mehr wird nicht von einer den angestrebten Objekten innewohnenden Attraktivität, sondern vielmehr von unserem eigenen Geisteszustand ausgelöst. Unsere Tendenz, in Extreme zu verfallen, beruht oft auf einem unterschwelligen Gefühl der Unzufriedenheit. Und natürlich sind auch andere Faktoren im Spiel. Es ist wichtig, Extreme als schädlich zu erkennen, selbst wenn sie anziehend oder aufregend erscheinen. Extreme Verhaltensweisen sind gefährlich und führen zu Leiden. Wer Beispiele extremer Verhaltensweisen sorgfältig untersucht, wird unweigerlich zu diesem Schluss gelangen. Betreiben wir etwa auf globaler Ebene exzessiven Fischfang ohne Rücksicht auf langfristige Konsequenzen zu nehmen, hat das einen Rückgang der Fischbestände zur Folge. Oder sexuelles Verhalten. Natürlich gibt es den biologischen Reproduktionstrieb und die Befriedigung durch sexuelle Aktivität. Aber extremes sexuelles Verhalten ohne Verantwortungsbewusstsein führt zu vielen Problemen wie sexuellem Missbrauch und Inzest. Ich warf ein, sie erwähnten, dass es neben dem Gefühl der Unzufriedenheit noch andere Faktoren geben kann, die Extreme bewirken. Ja, natürlich, er nickte. Können sie ein Beispiel geben? Ich glaube, Engstirnigkeit könnte ein weiterer Faktor sein, der zu Extremen führt. Ich fragte weiter, Engstirnigkeit in welchem Sinne? Der Dalai Lama antwortete, das Überfischen, das zu einem Schwund der Bestände führt, wäre ein Beispiel für engstirniges Denken in dem Sinne, dass man ausschließlich kurzfristig plant und das Gesamtbild ignoriert. Hier könnte man durch Aufklärung und Wissen die eigene Perspektive erweitern und einen weniger engstirnigen Standpunkt vertreten. Ich bin Ich bin davon überzeugt, dass wir durch eine solche Erweiterung unserer Perspektive extremes, sich negativ auswirkendes Denken überwinden können. In Schmerz und Leid einen Sinn finden. Viktor Frankel, ein jüdischer Psychiater, der während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis inhaftiert wurde, sagte einmal, der Mensch ist bereit und gewillt, jegliches Leid auf seine Schultern zu laden, sobald und solange er einen Sinn darin erkennen kann. Frankel nutzte seine Erfahrung der Brutalität und Unmenschlichkeit in den Konzentrationslagern, um zu untersuchen, wie Menschen solche Gräueltaten überleben konnten. Durch gründliche Beobachtung entdeckte er, dass das Überleben nicht von Jugend und physischer Kraft abhing, sondern von der Fähigkeit des einzelnen Menschen, einen Sinn und eine Bedeutung in seinen Erfahrungen und in seinem Leben zu finden. Einen Sinn im Leid finden zu können, ist eine unschätzbare Hilfe bei der Bewältigung der dunkelsten Perioden des Lebens. Aber das ist keine leichte Aufgabe, denn Leid scheint oft zufällig, sinnlos und willkürlich aufzutreten. Solange wir ganz von Schmerz und Leid verzehrt werden, konzentriert sich unsere Energie einzig darauf, uns von ihnen zu befreien. Während akuter Krisen und Tragödien scheint es unmöglich über irgendeinen hinter dem Leid verborgenen Sinn nachzudenken. In solchen Zeiten bleibt uns nicht viel anderes übrig, als die Schwierigkeiten zu ertragen. Es ist verständlich, dass wir unsere Leiden als sinnlos und ungerecht betrachten und uns fragen, warum gerade ich? Glücklicherweise können wir aber in relativ unbeschwerten Perioden vor oder nach akuten Leiderfahrungen die Bedeutung des Leidens reflektieren und zu verstehen suchen. Die dabei aufgewandte Zeit und Mühe wird sich dann bezahlt machen, wenn uns Böses zustößt. Um diese Früchte jedoch ernten zu können, müssen wir uns schon während der guten Zeiten auf die Suche begeben. Ein Baum mit starken Wurzeln kann selbst dem stärksten Sturm trotzen, aber er kann sie nicht erst wachsen lassen, wenn der Sturm bereits aufzieht. Wo sollten wir also mit unserer Suche nach dem Sinn des Leidens anfangen. Für viele beginnt sie bei ihrer religiösen Tradition. Obwohl die einzelnen Religionen unterschiedliche Wege beschreiten, um dem menschlichen Leid einen Sinn und Zweck zuzumessen, bietet doch jede Weltreligion eine bestimmte Strategie, mit der man dem Leid auf der Grundlage des jeweiligen Glaubens begegnen kann. Im buddhistischen und hinduistischen Modell wird Leid beispielsweise als Resultat unserer eigenen negativen Handlungen in der Vergangenheit sowie als Katalysator für das Streben nach spiritueller Freiheit angesehen. Nach jüdisch-christlicher Tradition wurde die Welt von einem barmherzigen und gerechten Gott erschaffen. Und selbst wenn sein göttlicher Plan manchmal mysteriös und unerforschlich sein mag, können wir unser Leid durch das Vertrauen in seine Pläne leichter akzeptieren, denn wie es im Talmud heißt, was immer Gott tut, tut er zum Besten. Das Herausfordernde dieser Tradition besteht allerdings in der Tatsache, dass uns, anders als bei der Geburt eines Kindes, das letztlich Gute oft verborgen bleibt. Und doch werden diejenigen mit einem starken Gottesglauben von dem Vertrauen getragen, dass das Leid einen göttlichen Sinn in sich berge. Wie ein chassidischer Weiser meinte, wenn ein Mann leidet, sollte er nicht sagen, das ist schlecht, das ist schlecht. Nichts, was Gott den Menschen auferlegt, ist schlecht. Aber es ist angebracht zu sagen, das ist bitter, das ist bitter. Denn Heilmittel werden oft aus bitteren Kräutern hergestellt. Aus jüdisch-christlicher Sicht kann Leid vielerlei Zwecke erfüllen. Es kann unseren Glauben prüfen und stärken, uns Gott auf fundamentale und intime Weise näher bringen, die Bande zur materiellen Welt lockern und uns an Gott als unserer Zuflucht festhalten lassen. Zwar hilft uns die Religion dabei einen Sinn zu finden, aber selbst jene, die keiner religiösen Tradition angehören, können nach eingehender Reflexion eine Bedeutung und einen Wert in ihrem Leid erkennen. Wiewohl die Begegnung mit Leid immer und überall unangenehm ist, besteht kein Zweifel daran, dass es unsere Lebenserfahrungen zu prüfen, zu stärken und zu vertiefen vermag. Dr. Martin Luther King Jr. sagte einmal, was mich nicht tötet, macht mich hart. Natürlich will man sich dem Leid entziehen, aber es kann uns auch auf die Probe stellen und das Beste in uns zutage fördern. In dem Film Der dritte Mann nach Graham Greens gleichnamigen Roman heißt es, in Italien herrschten unter den Borgias dreißig Jahre lang Krieg, Terror, Mord und Blutvergießen. Aber sie brachten einen Michelangelo, einen Leonardo da Vinci und die Renaissance hervor. In der Schweiz herrschten brüderliche Liebe, 500 Jahre der Demokratie und des Friedens. Und was haben sie hervorgebracht? Die Kuckucksuhr. Leid dient manchmal dazu, uns zu festigen und zu stärken. Aber es kann auch in entgegengesetzter Weise wirken und uns erweichen, sensibler und sanfter machen. Die Verletzlichkeit, die wir durch unser Leid erfahren, kann uns offener werden lassen und unsere Verbindung zu anderen vertiefen. Wie der Dichter William Wadsworth einst behauptete, menschlich wurde meine Seele durch tiefe Not. Auf der Suche nach Möglichkeiten, dem Leid einen Sinn zu verleihen, wenden wir uns wieder dem Dalai Lama zu, der aufzeigt, wie wir Leid im buddhistischen Kontext positiv verstehen können. In der buddhistischen Praxis kann man sein persönliches Leid zur Stärkung des Mitgefühls einsetzen, und zwar durch Tong Len, Geben und Nehmen. Das ist eine Mahayana Visualisationstechnik, bei der man den Schmerz und das Leid eines Anderen im Geiste auf sich nimmt und ihm im Gegenzug das eigene Potenzial, Gesundheit, Glück und weiteres zukommen lässt. Wenn man diese Technik in Phasen von Krankheit, Schmerz oder Leid durchführt, kann man die Situation nutzen, indem man denkt, möge mein Leid stellvertretend für das aller anderen fühlenden Wesen stehen, möge ich durch diese Erfahrung fähig sein, alle anderen Wesen zu retten, die vielleicht ähnliches Leid durchmachen müssen. So nutzt man sein eigenes Leid für die Übung, das Leid anderer auf sich zu nehmen. Hier möchte ich allerdings noch eines verdeutlichen. Sind Sie beispielsweise erkrankt, dann können Sie diese Technik mit dem Gedanken üben, mögen durch meine Krankheit andere Lebewesen von vergleichbaren Beschwerden befreit werden. Dabei sollten Sie visualisieren, dass Sie einerseits die Krankheit und das Leid der anderen annehmen und Ihnen andererseits Ihre gute Gesundheit übergeben. Das heißt jedoch nicht, dass Sie Ihre eigene Gesundheit ignorieren oder vernachlässigen sollten. Natürlich sind alle notwendigen, vorbeugenden Maßnahmen zu ergreifen. Sollten Sie dennoch erkranken, ist es wichtig, die erforderlichen Arzneimittel sowie alle anderen konventionellen Heilmethoden anzuwenden. Allerdings können sich Praktiken wie Tonglen ganz entschieden darauf auswirken, wie sie mental auf die Krankheitssituation reagieren. Anstatt über Ihre Lage zu klagen, sich selbst zu bemitleiden und von Angst und Sorgen überwältigt zu werden, können Sie sich durch die richtige geistige Einstellung vielmehr zusätzlichen geistigen Schmerz ersparen. Die Übung von Tonglen, geben und nehmen, wird zwar nicht immer den körperlichen Schmerz mildern oder gar eine physische Heilung bewirken, aber Sie können sich dadurch vor unnötigen zusätzlichen geistigen Schmerzen, Leiden und Ängsten schützen, zum Beispiel durch den Gedanken, möge ich durch das Erfahren dieser Schmerzen und Leiden fähig sein, anderen Menschen zu helfen und sie davor bewahren, das Gleiche durchleben zu müssen. Dann wird Ihr Leid eine neue Bedeutung erhalten, denn es dient als Grundlage für eine religiöse oder spirituelle Praktik. Bei manchen, die diese Technik anwenden, kommt es sogar vor, dass Ihre Leidenserfahrung Sie nicht betrübt oder sorgenvoll stimmt, sondern Ihnen vielmehr als eine Art Privileg erscheint, als günstige Gelegenheit, und Sie können sich darüber freuen, dass diese spezielle Erfahrung Sie bereichert. Der Umgang mit körperlichem Schmerz Denken wir während der ruhigeren Momente unseres Lebens über das Leid nach, immer dann, wenn es uns relativ gut geht, werden wir vielleicht einen tieferen Sinn in unserem Leid entdecken. Manchmal werden wir jedoch mit Leiden konfrontiert, die sinnlos und ohne jegliche befreiende Wirkung zu sein scheinen. Physischer Schmerz fällt häufig in diese Kategorie. Aber es gibt einen Unterschied zwischen körperlichem Schmerz als einem physiologischen Prozess und dem Leid, das aus unserer mentalen und emotionalen Reaktion auf diesen Schmerz hervorgeht. Damit stellt sich die Frage, falls wir eine tieferliegende Bedeutung, einen tieferliegenden Sinn in unserem Schmerz zu finden vermögen, wird dies unsere Haltung dem Schmerz gegenüber ändern oder nicht? Und kann eine derart veränderte Einstellung im Falle einer physischen Verletzung den Schmerz lindern? In seinem Buch »Pain – The Gift Nobody Wants« untersucht Dr. Paul Brandt, ein weltbekannter Handchirurg und Lepraspezialist, den Sinn und Wert von körperlichem Schmerz. Dr. Brandt verbrachte seine Jugend in Indien, wo er als Sohn eines Missionarsehepaars von Menschen in extremen Härtesituationen umgeben war. Ihm fiel auf, dass sie im Gegensatz zu den Menschen im Westen physischen Schmerz viel leichter ertragen konnten, und er begann, sich für das menschliche Schmerzsystem zu interessieren. Als er anfing, mit Lepra-Patienten in Indien zu arbeiten, machte er eine bemerkenswerte Entdeckung. Die verheerenden Entstellungen der Lepra kamen nicht direkt durch die Krankheitserreger zustande, die das Gewebe zersetzten, sondern durch den krankheitsbedingten Verlust der Schmerzempfindlichkeit in den Gliedmaßen. Ohne die Schutzfunktion des Schmerzes fehlte den Leprakranken das Warnsystem für Verletzungen. Er beobachtete Patienten, die mit aufgerissener Wunderhaut und sogar mit herausstehenden Knochen umherliefen, was natürlich zu steten Verschlimmerungen führte. Ohne jegliches Schmerzempfinden steckten sie bisweilen sogar ihre Hände ins Feuer, um etwas herauszuholen. Die Betroffenen waren ganz und gar gleichgültig gegenüber Selbstverstümmelungen. Nach seiner lebenslangen Arbeit mit Patienten, die an Schmerzen, aber auch an Schmerzmangel erlitten, gelangte Dr. Brand allmählich zu dem Schluss, dass Schmerz nicht als der universelle Feind angesehen werden kann, für den wir ihn im Westen halten, sondern als bemerkenswertes und verfeinertes biologisches System, das uns vor Schädigungen des Körpers warnt und uns auf diese Weise schützt. Aber warum muss die Erfahrung von Schmerz so unangenehm sein? Nach Dr. Brand ist es gerade dieser lästige Aspekt des Schmerzes, der uns effektiv vor Gefahren warnt und behütet. Die unangenehme Eigenschaft des Schmerzes zwingt den gesamten menschlichen Organismus, sich dem Problem zuzuwenden. Obwohl der Körper automatische Reflexe als eine Art äußere Abwehr besitzt und uns dadurch schnell von Schmerz verursachenden Umständen zurückschrecken lässt, ist es die Unerquicklichkeit des Schmerzes, die den gesamten Organismus aktiviert. Außerdem prägt sich die Erfahrung unserem Gedächtnis als Schutz für die Zukunft ein. Ebenso wie das Finden eines Sinnes in unserem Leid uns hilft, die Probleme des Lebens zu bewältigen, wird die Einsicht in den Sinn des physischen Schmerzes unser Leid nach Meinung von Dr. Brand abschwächen. Im Rahmen seiner Theorie schlägt er das Konzept einer Schmerzversicherung vor. Dieses Konzept besagt, dass wir uns frühzeitig, das heißt solange wir gesund sind, auf Schmerz vorbereiten, seine Gründe verstehen lernen und uns vorstellen sollten, wie ein Leben ohne Schmerz aussehen würde. Da akuter Schmerz jedoch keine Objektivität zulässt, müssen wir diese Dinge reflektieren, bevor uns der Schmerz überfällt. Wenn wir den Schmerz als ein Signal begreifen, dass der Körper über ein Thema von lebenswichtiger Bedeutung gibt, um auf effektive Weise die Aufmerksamkeit zu erlangen, wird sich unsere Haltung dem Schmerz gegenüber ändern, sodass sich unser Leid abschwächt. Dr. Brand formuliert es so. Ich bin davon überzeugt, dass die Haltung, die wir im Vorfeld entwickeln, unser Leid beeinflusst, wenn es uns dann trifft. Seines Erachtens sind wir sogar fähig, Dankbarkeit gegenüber dem Schmerz zu entwickeln. Zwar nicht der Erfahrung des Schmerzes, aber dem System der Schmerzwahrnehmung gegenüber. Zweifellos beeinflusst unsere geistige Haltung in hohem Maße den Grad des Leidens, den wir zurzeit physischen Schmerzes durchmachen. Angenommen ein Bauarbeiter und ein Konzertpianist leiden an der gleichen Fingerverletzung. Während der physische Schmerz bei beiden gleich sein mag, wird das geistige Leid des Bauarbeiters unter Umständen eher gering sein, weil sein Finger bei der Verrichtung seiner täglichen Arbeit nur eine untergeordnete Rolle spielt. Der Pianist hingegen mag sehr intensiv leiden, weil das Klavierspielen sein Lebensinhalt ist. Forscher sind der Frage nachgegangen, wie Schmerz wahrgenommen und erfahren wird. Schmerz fängt mit einem sensorischen Signal an, einem Alarm, der ausgelöst wird, wenn die Nervenenden durch etwas stimuliert werden, das als Gefahr empfunden wird. Millionen von Signalen werden durch die Wirbelsäule zur Gehirnbasis gesendet. Dort werden sie dann sortiert und in Form einer Botschaft an eine höhere Gehirnregion weitergeleitet, wo sie Schmerz melden. Das Gehirn sondiert daraufhin diese vorgefilterten Botschaften und entscheidet sich zu einer Reaktion. An dieser Stelle kann der Geist dem Schmerz Wert und Bedeutung beimessen und unsere Wahrnehmung von Schmerz intensivieren oder abmildern. Wir konvertieren Schmerz in geistiges Leid. Um das Leid zu verringern, müssen wir eine äußerst wichtige Unterscheidung vornehmen. Wir trennen den eigentlichen von dem bloß gedanklich erzeugten Schmerz. Furcht, Zorn und das Gefühl von Einsamkeit, Schuld und Hilflosigkeit sind allesamt mentale und emotionale Reaktionen, die den Schmerz vermehren können. Im Umgang mit unserem Schmerz können wir natürlich die Mittel der modernen Medizin wie etwa Medikation und andere Therapien anwenden. Wir können aber auch auf höheren Ebenen arbeiten und unsere Geisteshaltung umwandeln. Die Rolle des Geistes bei der Wahrnehmung von Schmerz wurde vielfach untersucht. Ivan Petrovich Pavlov trainierte sogar Hunde dazu, den Schmerzinstinkt zu überwinden, indem er Elektroschocks mit einer Futterbelohnung koppelte. Der Forscher Ronald Melsak hat Pavlovs Experiment aufgegriffen und erweitert. Er kam zu dem Schluss, dass viel von dem, was wir Schmerz nennen, einschließlich der unangenehmen Gefühlsreaktion darauf, eher angelernt als instinktiv angeboren ist. Hypnose und Placebo-Versuche an Menschen haben gezeigt, dass die höheren Hirnfunktionen oft die Signale der unteren Schmerzreizübermittlungen dominieren können. Offensichtlich entscheidet also der Geist darüber, wie er den Schmerz wahrnimmt. Die Annahme, dass unsere Haltung gegenüber Schmerzen das Maß des Leidens beeinflusst, stützt sich also nicht nur auf philosophische Spekulationen, sondern wird durch wissenschaftliche Beweise erhärtet. Wenn uns unsere Suche nach der Bedeutung von Schmerz zu einer veränderten Haltung dem Schmerz gegenüber führt, sind unsere Bemühungen nicht umsonst. Bei der Erforschung eines verborgenen Sinns des Schmerzes machte Dr. Brandt eine weitere bemerkenswerte Beobachtung. Viele seiner Leprapatienten berichteten, natürlich kann ich meine Hände und Füße sehen, aber irgendwie fühlen sie sich nicht wie Teile von mir an. Ich empfinde sie eher als Werkzeuge. Demnach warnt und schützt uns der Schmerz nicht nur, sondern er vereint uns. Ohne Schmerzempfinden in unseren Händen oder Füßen erscheinen diese Glieder nicht länger als unserem Körper zugehörig. Auf dieselbe Weise, wie physischer Schmerz uns mit unserem Körper vereint, können wir uns die generelle Schmerzerfahrung als Kraft vorstellen, die uns mit anderen verbindet. Vielleicht liegt hier sogar die letztendliche Bedeutung unserer Leiden. Unser Leid bildet das Grundelement, das wir mit anderen gemein haben. Es ist der Faktor, der uns mit allen Lebewesen verbindet. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF für funk, 2017